So Leute, zu dem alten Schneider-Lautschprecher Na ja, man hört leider schon Stirnräuche Jetzt die Frage, ist das das Gehäuse oder ist das der Lautschprecher Set? Also der Treiber Für die alten Kabel noch Ha, aber wenigstens echt der Kupferkabel bei dem Teil hier Mal ein bisschen auftreten Also Lautstärke habe ich jetzt noch nicht wirklich Also wenn ich wusste, dass es nicht der Treiber ist, können wir heute aufziehen Also, tschüss bis zum nächsten Video So, ja So, freie, ja